Zentral ist für mich, dass mir dieses Zusammentreffen mit den Menschen einfach Spaß macht. Diese Begegnung mit den Menschen, das, was sie umtreibt, aufzunehmen und in die eigene Politik einfließen zu lassen, das ist eigentlich die stärkste Triebfeder. Die Sorgen, die wir haben, die sind entstanden durch die Zuwanderungspolitik der letzten Monate, aber auch diese Sorgen bewältigen wir ganz hervorragend, sodass ich insgesamt sagen kann, Bayern ist gut drauf. Wo stehen wir und wo wollen wir hin? Das ist die noch wichtigere Frage. Wie wollen wir Bayern in die Zukunft, in die nächsten Jahre führen? Das ist ein ganz wichtiges Anliegen, die Sicherheit unserer Bevölkerung. Ich glaube, die wichtigste Aufgabe eines Staates. Das zweite ist die Beherrschung der Zuwanderungsfrage. Wir wollen Humanität und Integration, aber beides wird nur gelingen mit einer jährlichen Begrenzung der Zuwanderung. Ohne Begrenzung werden wir Humanität nicht gewährleisten können und wir wollen Humanität gewährleisten als christlich geprägtes Land. Wir legen natürlich großen Wert auf die wirtschaftlichen Grundlagen Bayerns. Ich weiß aus meiner eigenen Kindheit und vielen Gesprächen mit meinem Vater, dass es den Menschen dann gut geht, wenn es auch der Wirtschaft gut geht. Die Wirtschaft ist die Grundlage für Wohlstand und soziale Sicherheit. Und schließlich wollen wir auch auf dem Gebiet der Umwelt, der Bewahrung unserer Natur, unserer Landschaft, und epochales leisten, zum Beispiel, indem wir zurzeit untersuchen, in Bayern einen dritten Nationalpark auszuweisen. Bei der Frage an die Menschen, warum lebt ihr gerne in Bayern, kommt an erster Stelle der Zusammenhalt, das Füreinander-Einstehen. Und das ist ein großer Markenkern Bayerns. In Deutschland sind wir sowieso Spitze, in Europa sind wir ganz vorne. Und dass es so bleibt, dafür muss man viel tun. Also, dass wir zum nächsten Mal haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020